Herzlich Willkommen zu unserem Posaune-Podcast von jedem Wortleben. So viel wissenschaftliche Forschung wird heute unter der relativ modernen Annahme betrieben, dass Gott nicht existiert, dass die Wissenschaft mit Gott und der Bibel unvereinbar ist. Und selbst die Wissenschaftler, die vielleicht einen gewissen Glauben an Gott hegen, schlagen diesen Glauben in den Wind. Ist die Wissenschaft unvereinbar mit Gott? Besteht die Bibel wirklich nur aus einer Handvoll erfundener Geschichten vor dem Hintergrund realer Orte? Das sollten Sie wissen. Die Archäologie, dieses Aspekt der Wissenschaft, die Ausgrabung historischer Fakten, bestätigt die biblische Aufzeichnung in Absolut. Sie zeigt, dass man sich auf die Bibel mehr als auf jedes andere Geschichtsbuch verlassen kann, wenn es darum geht, die wahren Ereignisse der Geschichte aufzuzeigen. Natürlich ist das nicht der einzige Bereich der Wissenschaft, der ständig die Existenz Gottes beweist, aber es ist einer, der die perfekte Aufzeichnung der Bibel und ihrer Autorität als zuverlässiges und inspiriertes Dokument immer wieder unter Beweis stellt. Nun, lasst Sie uns einige wichtige Beispiele dafür untersuchen, wie die Archäologie die Bibel beweist. Sie haben wahrscheinlich die Namen vieler biblischer Könige aus Israel und Jüder gehört. Wissen Sie, wie viele von ihnen unabhängig voneinander durch die Archäologie nachgewiesen werden konnten? Dies sind die Namen, die bisher in früheren, originalen Zusammenhängen aufgetaucht sind. Die Könige David, Omri, Ahab, Jehu, Joash, Jerobeim, der Zweite, Usir, Menahem, Ahas, Pekach, Hosea, Hisikir, Hiskir, Manasseh und Joachim. Diese Könige wurden durch wissenschaftliche Entdeckungen aufgedeckt und selbst nach den strengsten analytischen Standards für gültig erklärt. Vor einigen Jahren wurde bei Ausgrabung, an denen die Studenten des Herbert W. Armstrong College auf dem Hügel vom Ophel in Jerusalem teilnahmen, der persönliche Siegelabdruck von König Hiskir gefunden. Auf dem kleinen, gestempelten Tonstück steht, gehört Hiskir, Sohn von Ahas, König von Jude. Der beeindruckende Fund ist einer von vielen, die sich auf König Hiskir beziehen. Sein Name taucht auch in Inschriften auf, die seinem Erzfeind, dem assyrischen König Sanherib, gehören. König David war ein Knackpunkt für die Kritiker. Er sollte nur ein mystischer König sein. Doch als 1993 die Tel Dan-Inschrift, der sogenannte Siegesstein gefunden wurde, musste sich das alles ändern. Diese Inschrift aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. enthielt eine Formulierung, die lautete Ich töderte Ahab, den Sohn von Joram, König aus dem Hause David. Dies war nicht nur ein Verweis auf David, sondern auch auf eine etablierte königliche Linie, die von ihm abstammte. Nicht nur das, sondern diese Inschrift schildert auch die Ereignisse von 2. Könige 8, die zum Tod der Könige Ahab und Joram führten. Das Artefakt wurde wie kaum ein anderes einer intensiven Prüfung unterzogen und seine Legitimität festzustellen. Doch seine Legitimität wurde bewiesen und jetzt haben wir zwei weitere nahezu sichere Hinweise auf König David. Einen auf der Mesha-Inschrift, 9. Jahrhundert v. Chr., eine große Stein-Inschrift, die übrigens auch eine Parallele zu einer biblischen Geschichte in 2. Könige 3 aufweist. Und den anderen auf der ägyptischen Negev-Inschrift, 10. Jahrhundert v. Chr. Wir finden nicht nur den Namen von König David, sondern auch mehrere Konstruktionen, die die Bibel ihm zuschreibt. Diese israelitischen Könige stehen neben den vielen anderen in der Bibel genau beschriebenen Herrschern aus anderen Regionen, die ebenfalls durch die Archäologie belegt sind. So z.B. die Pharaonen Shishak, Sotirak, Nechor und Nofra, wie die syrischen Könige Hadad-Desa, Ben-Hadad, Hazael und Resin, der moabitische König Mesha, die syrischen Könige Tikla-Pelisa, Salmanasse, Sargon, Sanherib und Eser-Hadon, die babylonischen Könige Merodach-Baladan, Nebukadneze, Merodach und Belshazzar, die persischen Könige Zyrus, Darius, Xerxes, Artaxerxes und Darius II. Diese Könige wurden in der Bibel nicht nur genau beschrieben, sondern auch die Dinge, die sie vollbracht haben, wurden beschrieben. Das ist viel für ein angeblich falsches Buch. Und es geht nicht nur um die Könige. Die Archäologie hat viel über die biblischen Prinzen wie Juchal und Gedalya herausgefunden. Es gibt Hinweise auf den falschen Propheten Biliam und sogar ein verlockendes Artefakt, das sich auf den Propheten Elisa beziehen könnte. Nun, was ist mit anderen biblischen Positionen? Die Titel von Königen, Prinzen und Propheten sind ziemlich klar definiert. Aber die Bibel beschreibt einige andere ungewöhnliche Ränge. Einer davon ist der Stadthalter der Stadt Jerusalem. Warum sollte diese Person notwendig sein, wenn ein König über die Stadt herrschte? Nichtsdestotrotz wurde diese Position vor einigen Monaten bei archäologischen Ausgrabungen in der Nähe der Klagemauer von Jerusalem bestätigt. Es wurde ein kleiner Siegelabdruck mit der Inschrift »Dem Stadthalter der Stadt gehörend« gefunden. Das Siegel stammt aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Vielleicht sogar von Joshua, dem biblischen Stadthalter während der Herrschaft von Josia, 2. Könige 23, 8. Dann ist da noch die ungewöhnliche Position einer Person namens Tatnai aus dem 6. Jahrhundert. Stadthalter jenseits des Euphrates, wie es in Esra 6, Vers 13 beschrieben ist. Dieser Mann und sein Amt sind ebenfalls durch eine Reihe von Inschriften bestätigt worden, die als Tatnai, Stadthalter jenseits des Flusses aufgezeichnet sind. Ein ungewöhnlicher Titel. Und doch gibt es eine außergewöhnliche Bestätigung durch die Archäologie. Oder ist es so außergewöhnlich, wenn die Bibel wirklich ein legitimes, faktisches Buch ist? Was ist mit den biblischen Städten? Die Bibel enthält viele Beschreibungen von Städten, in denen die oben genannten Personen gelebt haben und von den Ereignissen, die sich dort zugetragen haben. Doch wie genau sind diese Beschreibungen? Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat die Archäologie viel dazu beigetragen. Erinnern Sie sich an die Mauern von Jericho, die einstürzen? Die Überreste dieser zerfallenen Stadtmauern sind entdeckt worden. Sie liegen auf dem Boden der antiken Städte von Jericho und geben einen bemerkenswerten Einblick in den Beginn von Josuas Eroberungen. Die große Stadt Jerusalem ist seit vielen Jahren bekannt und in vielen historischen Quellen dokumentiert. Aber die biblische Beschreibung der Stadt und der Ereignisse dort hat sich durch die Archäologie wiederholt als wahr erwiesen. Das ist der berühmte Tunnel von Hiskir. 2. Chronik 23, Vers 3-4 Dieser beeindruckende Tunnel wurde gefunden und schlängelt sich 1750 Fuß tief unter dem Grundgestein von Jerusalem. Dann ist dann auch der biblische Palast Davids, ein Bauwerk, das ebenfalls gefunden wurde. Die von König Salomo erbaute Mauer Jerusalems wurde auch gefunden. Die Mauer, die Nehemiah im 5. Jahrhundert vor Christus errichtete, wurde auch gefunden. Die Bibel beschreibt Salomos landesweite Bauprojekte. In 1. Könige 9, Vers 15 heißt es, dass Salomo die Mauer von Jerusalem, Hazor, Megiddo und Geser gebaut hatte. Ist es Zufall, dass an diesen Orten Hazor, Megiddo und Geser Bauwerke aus der Zeit Salomos gefunden wurden? Wie genau dieselben Baumüster aufweisen? Diese architektonischen Merkmale sind als Salomos Tore oder Sechskammertore bekannt. Sie bestätigen, dass es in dieser frühen salomonischen Periode im 10. Jahrhundert vor Christus eine starke zentralisierte Regierung gab, die das ganze Land beherrschte und die Bauprogramme in der gesamten Region Israel kontrollierte. Und dann sind da noch die Minen von Timna. Dies ist eine erstaunliche biblische Stätte, auch wenn sie in der Bibel nicht direkt erwähnt wird. Die Timna-Minen befanden sich im südlichen Königreich Edom. Sie sind die ältesten Kupferminen der Welt. Doch seltsamerweise erreichte die Kupferproduktion im 10. Jahrhundert vor Christus ihren Höhepunkt. Wozu war das gut? Die Bibel beschreibt, dass in dieser Zeit der Tempel und die königlichen Gebäude Israels gebaut wurden, wofür Salomo immense Mengen an Kupfer verwendete. Und nicht nur das, die Bibel beschreibt, dass Israel selbst zu dieser Zeit dieses Gebiet von ganz Edom erobert und kontrolliert hatte. Das können Sie in 2. Samuel 8, in den Versen 13-14 nachlesen. Im Jahr 2017 wurde versteinerter Eselmist, deren Timna entdeckt wurde, analysiert. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass das Futter für die Esel aus der Gegend von Jerusalem stammte. Timna ist nur ein Beispiel für eine Stadt, die in der Bibel nicht einmal erwähnt wird, was aber dennoch die Richtigkeit der biblischen Aufzeichnungen beweist. Die Bibel beschreibt viele Städte, die durch die Archäologie gefunden und bestätigt wurden. Israelitische Städte wie Samaria, Megiddu, Hazor, Sichem, Dan, Betchean, Erichu, Gesa und Silo. Jüdische Städte wie Jerusalem, Hebron, Lashish und Beersheba. Die fünf philisterischen Städte, Gad, Ashtod, Aschkelon, Ekron und Gaza. Ägyptische Städte, Assyrische Städte, Babylonische Städte, Persische Städte. Es gibt buchstäblich dutzende weitere biblische Städte, die die Archäologie entdeckt hat. Zusammen mit einer genauen Darstellung dessen, was in ihnen geschah. Dann, wenn Sie noch weiter herauszoomen möchten, sehen Sie die Zivilisation selbst. Und ebenso finden wir in der Bibel genaue Darstellung der Zivilisation, die in diesen frühen biblischen Jahrhunderten existierten. Nun, wir wollen hier nur ein Beispiel herausgreifen. Die Zivilisation der Hittiter wird in der Bibel häufig erwähnt. In der Bibel wird beschrieben, dass Abram seine Frau auf einem Land begraben hat, das er von hittitischen Händlern gekauft hat. Die Hittiter waren mit dem König von Israel verbündet und das syrische Reich abzuwehren. Dennoch wurden bis zum 20. Jahrhundert keine Beweise für die hittitischen Zivilisationen gefunden. Historiker sagten, dass sie wahrscheinlich nie existierte und dass sie, selbst wenn sie existierte, keine sehr starke regionale Macht gewesen sein konnte. Im Jahr 1906 wurde jedoch bestätigt, dass eine riesige, weitläufige, befestigte Stadt in der heutigen Türkei die Hauptstadt der Hittiter, Hatusha, war. Eine hittitische königliche Bibliothek mit etwa 1000 Tafeln half den Archäologen zu beweisen, dass dieses Volk tatsächlich das Volk des Landes Hatti, des Königreichs Keter, in den ägyptischen Texten und der Hittiter der Bibel war. Dieses riesige Reich kontrollierte das Gebiet, das später zur modernen Türkei wurde und seine Macht und sein Einfluss erstreckten sich bis in den Süden Syriens und um Teile des nördlichen Kanaan, genau wie in der Bibel beschrieben. Es ist eine Sache, für Historiker die Existenz einer biblischen Figur zu kritisieren, ist eine andere Sache, wenn sie die Existenz eines ganzen Reiches abtun wollen. Die Archäologie hat viele genaue Darstellungen der in der Bibel beschriebenen Zivilisationen, Kulturen und ihrer Bräuche zutage gefördert. Neben den Hittitern gibt es die Kanaaniter, die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, Perser, Philister, Moabiter, Edomiter, Ammoniter, Syrier und viele mehr, die von der Archäologie bestätigt wurden. Noch einmal, das ist eine Menge, um es richtig zu machen, aber es gibt mehr. In der heutigen Zeit wird die Bibel mehr kritisiert als dieses andere Geschichtsbuch, das die Menschheit kennt und doch ist kein anderes Buch mit ihr vergleichbar. Es wurde vor so langer Zeit und von so vielen verschiedenen Autoren und an so vielen verschiedenen Orten geschrieben und hat sich doch bis heute immer wieder als richtig erwiesen. Die Bibel ist wirklich ein großartiges historisches Dokument, das sich perfekt mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen deckt. So sehr man auch versuchen mag, die Bibel durch die Wissenschaft zu diskreditieren, nichts hat die Bibel als falsch erwiesen. Die Skeptiker haben entweder einen schweren Fehler begann oder lediglich ihre vorgefassten Meinungen darüber, was die Bibel wirklich sagt, widerlegt. Und wenn ein biblisches Ereignis, ein Ort oder eine Person noch nicht durch die Archäologie bestätigt wurde, warten sie einfach ab. Argumente aus dem Schweigen, ein Argument, das aus den Fehlern von Beweisen beruht, sind eine klassische Falle für übereifrige Skeptiker. Es werden ständig neue Entdeckungen gemacht. Der Wahrheitsgehalt der Bibel wurde und wird immer noch auf dramatische Weise offenbart. Und welcher Teil unserer genauen historischen Aufzeichnungen wird als nächstes entdeckt werden? Nun, das bringt uns zum Ende unseres Programms heute. Und ich möchte Sie auf unsere Webseite aufmerksam machen. Wir haben eine Rubrik unter der Literatur in unserem Magazin-Archiv, das über die Archäologie spricht. Dort haben wir einige Publikationen, insgesamt sind es jetzt sieben, die veröffentlicht wurden. Und das ist ein Magazin über Archäologie, biblische Archäologie, die Sie herunterladen können und für sich selbst lesen können oder ausdrucken können, wie Sie das möchten. Wir versuchen, sie alle zwei Monate zu veröffentlichen. Eine neue Ausgabe dieses Magazins. Sie können auch auf unsere englische Webseite gehen. www.armstronginstitute.org Das ist Armstrong, A-R-M-S-T-R-O-N-G Und Institute wird geschrieben mit I-N-S-T-I-T-U-T-E.org Dies können Sie online finden und dort finden Sie viel mehr Informationen und Publikationen, Videos und anderes, das über die Archäologie spricht, besonders die biblische Archäologie in und um Jerusalem und in Israel. Und für Fragen, Kommentare können Sie uns jederzeit erreichen unter der E-Mail-Adresse info-at-die-posaune.de Das ist info-at-die-posaune.de Also lassen Sie uns wieder bis zum nächsten Mal. Aller nach streben.